Musik Ich gehe mit meiner Mutter, mit meinen Eltern oder mit meiner Oma und meinem Vaterunschel gerne in den Zoo und am coolsten und süßesten finde ich die Eisbären. Ich spiele am liebsten, wenn die Sonne scheint und wenn es ringt, spiele ich nicht so gerne, weil dann werde ich nass und dann werde ich kalt, aber wenn jemand nicht anfasst, fühlen die alte Rechnerheizung. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Opa ist 89, ich möchte auch gerne mal so alt werden und noch fit sein. Am liebsten male ich Pferde oder andere Tiere, Löwen, Schmetterlinge oder noch ganz viele Pflanzen und Blumen und ein kleines Kaninchen. Ich habe schrecklich Angst vor dir getaucht. Einmal habe ich einen Blitztrossen ganz nah gesehen und der Donner war so laut. Ich treffe mich gerne in der Stadt mit Freunden, um da wirklich zu shoppen, zu tanzen, meinen Hobbys nachzugehen. In unserer Stadt kann man eine Menge machen, zum Beispiel Fußball spielen, Skaten, weil hier viele Freunde von mir wohnen und weil man hier mit dem Fahrrad fahren kann. Und hier in der Stadt ist auch mehr los als bei mir da in der Gegend. Also die Stadt Bottrop bietet wirklich alles. Ich fahre immer in den Ferien mit meiner ganzen Familie den Skiurlaub, da haben mir Schnee und Berge besonders gut gefallen und hier in Bottrop ja nie viel los ist an Schnee. Ich spiele gerne mit meinen Freunden im Garten. Ich will hier nie wegziehen. Das ist mein Zuhause. Wie viele Gründe braucht ihr noch, um endlich umzudenken? Nicht warten, machen. Es geht um unsere Zukunft. Nicht warten, machen. Es geht um unsere Zukunft. Das ist mein Zuhause. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020